Wenn das nicht ein Auftritt ist und eine Regie. Also, jetzt habe ich genug geredet. Nina, du hast tolle Sachen verpasst, aber da du jetzt da bist, werden wir tolle Sachen nicht verpassen. Ich mache jetzt also erstmal Pause und übergebe das Wort an Nina. Hallo liebe Berliner und Berlinerinnen, liebe Gustl-Mannert-Unterstützer und Unterstützerinnen. Lieber Gustl, wir haben uns hier versammelt, weit weg von dir. Wir stehen nämlich in Berlin-Mitte und ich komme gerade von Potsdam, Berlin, Stadtgrenze. Deswegen bin ich ein bisschen spät eingetrudelt. Wir stehen direkt vor dem Gebäude der Bayerischen Vertretung beim Bund. Aber in Gedanken sind wir bei dir, Gustl. In deiner... seit sieben Jahren... Also, ich sollte ja was vorlesen und nicht selber noch dazu was erzählen. Also, in Gedanken sind wir bei dir. Denn das hier ist eine Gustl-Mulat-Mahnwache. Das Thema unserer Mahnwache ist Freiheit und Gerechtigkeit für Gustl-Mullat, ihr lieben Mayern. Gegen Willkür in Justiz und Psychiatrie in der BRD. Wir verlangen als erstes natürlich deine Freiheit. Aber wir verlangen nicht Gnade für dich. Du bist falsch beschuldigt und falsch verurteilt worden. Deswegen verlangen wir ein neues Verfahren, in dem erstens die Wahrheit ans Licht gebracht wird und weitere Verfahren, in denen zweitens die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Wir solidarisieren uns mit dir persönlich, aber wir solidarisieren uns ganz in deinem Sinne auch mit den vielen anderen, die zu Unrecht oder unverhältnismäßig bestraft worden sind und jetzt leiden. Wir bewundern deine Charakterstärke, die du aufgebracht hast während der langen Jahre des Psychoterrors in bayerischen Forensiken. Du sollst die Gewissheit haben, dass wir nicht ruhen werden, bis schon bald die Stunde deiner Freiheit kommt. Und bis dahin und über alle Zeiten hinaus sind wir natürlich mit dir solidarisch. Jetzt erstmal bis zum Erweis deiner Unschuld und bis die ganze Wahrheit aufgegebt ist. Wir fordern deine Freilassung aus der Psychiatrie. Berlin, Sonnabend, 6. Juli 2013. Nina Hahn, bitte unterscheid alle. Ich glaube, mit Gott auf. Zu Zeiten des Hitlerfaschismus waren meine Eltern schon auf der Welt. Meine Mutti war ein kleines Kind, mein Papi war ein junger Teenager, der aus einer jüdischen Familie stammte und der auf der Flucht vor den Nazis in einem deutschen Zuchthaus landete und dort in einer Folterzelle gefoltert wurde. Ich bin also die Tochter eines überlebenden Folteropfers aus der Nazizeit. Gerade deswegen schlägt mein Herz für alle Entrechteten in den Psychiatrien, denn das ist Folter, Zwangspsychiatrie, ist meiner Meinung nach Folter. Ich bin die Schirmfrau der Initiative unseres Werner Fußzentrums im Haus der Demokratie und Menschenrechte hier in Berlin. Ich bin die Schirmfrau einer Patientenverfügung, die www.pattverfü.de. Bitte, liebe Freunde in aller Welt, bei uns in Deutschland, macht euch schlau. Viele Menschenrechtsorganisationen und andere Organisationen stehen hinter dem Pattverfü. Das soll in der ganzen Bundesrepublik ein einheitliches Verfügungszeugnis für uns Bürger und Bürgerinnen dieses wunderschönen Landes Deutschland sein, das auch Gültigkeit hat bei den Gerichten und bei den psychiatrischen Forensiken, dass wir von vornherein ausschließen, zwangspsychiatrisiert werden zu können oder zu wollen oder zu dürfen. Bitte macht euch schlau bei der www.pattverfü.de. Und jetzt greifen wir zur Gitarre, denn liebe Menschen, lasst euch ruhig nieder, da wo sie singen schöne Lieder, denn ich habe mal sagen lassen, böse Menschen, die kennen gar keine Lieder. Mein Papi hat mir während meiner Kindheit viel erzählt aus seiner Jugend, aus dieser schweren Zeit, aus der Zeit, wo er in einer Isolationsfolter sitzen musste bei den Nazis und in einer ganz kleinen Zelle nur angewinkelt. Mein Vater hatte auch Narben, ihm wurden Brandmarkierungen und schwere Wunden eingeritzt in der Form von Hakenkreuzen. Mein Vater hatte viele Stellen an der Haut tief eingeritzte Hakenkreuze. Mein Großvater, der Papa von meinem Papa, hat leider diese schreckliche Zeit der Nazi-Willkür, der Nazi-Diktatur nicht überlebt. Mein Papa Hermann Hagen, die haben nämlich hinten in Potsdam, sagen Sie, die Villa Karlshagen noch zu stehen. Ist schon längst verkauft und so weiter. Aber mein Großvater hat nicht überleben dürfen. Der ist im KZ Sachsenhausen bei uns in Berlin, Oranienburg, ermordet worden. Deswegen bin ich als Kind einer hoffnungsvollen Generation, Nachkriegsgeneration, so ermuntert worden von meinen Eltern, mein Leben dafür einzusetzen, für den Antifaschismus und für die Menschenrechte. Halleluja! Ich habe heute auch die schönen bayerischen Farben angezogen. Mein Schal stammt noch von unserem Kirchentag, gerade neulich noch vor ein paar Wochen in Hamburg. Und das Motto unseres Kirchentages war, so viel ihr braucht. Ich mache meinen Schal nachher ab, da steht das drauf, so viel ihr braucht. Und lieber Herr Bundespräsident Gauck, liebe Kanzlerin Merkel, wir brauchen Menschenrechte in unserem Land, Deutschland, das Land der Menschenrechte. Die Menschenrechte der Menschen in der Psychiatrie müssen wiederhergestellt werden. Hier kommt ne Botschaft an alle Faschisten. Hey, guckt nicht so pekiert, wenn die Menschen dieser Welt so gut organisiert. Wer hier verliert, seid ihr doch niemals wer. All die Faschos werden verlieren. All die Faschos werden verlieren. All die Faschos werden verlieren, Gustl, die werden verlieren, die Faschos werden verlieren. Wir sind Menschen aus allen Bundesländern, marschieren Hand in Hand. Für unsere Freiheit und für Frieden, wie in unserem Heimatland. Wer hier verliert, seid ihr Faschisten, doch niemals wir. All die Faschos werden verlieren, die werden verlieren, die Faschos werden verlieren. Big Time. Gustl, Gustl, Gustl. Das Lied vom Kelch von Bertolt Brecht aus dem Stück Schweig im Zweiten Weltkrieg. Schweig war nämlich ein erster Weltkriegsmitran in dem Stück von Bertolt Brecht. Da will sein bester Freund sich beim Militär melden und in den Weltkrieg ziehen, aber der Schweig will das nicht. Versucht alles Menschenmögliche. Kommt zu uns ins Berliner Ensemble, wir machen da jetzt eine Reihe von Brechtabenden. Und das Lied vom Kelch, Gustl, das Lied vom Kelch. Komm und setz dich lieber Gast, setz dich uns zu Tische, dass du Suppe und Krautfleisch hast. Oder Moldau-Fäsche. Brauchst ein bisschen was im Topf, musst ein Dach haben über dem Kopf. Das bist du als Mensch, wo uns wert sei Gedulde. Und geh eher für nur 80 Heller, Referenzen brauchst du nicht. Ehre bringt nur Schaden. Hast eine Nase im Gesicht und wirst schon geladen. Soll's ein bisschen freundlich sein, Witz und Auftrumpf brauchst du kein. Isst dein Käse und trink dein Bier und du bist Willkommen hier für nur 80 Heller. Einmal schauen wir früh hinaus, ob's gut Wetter werde. Und da wurde ein Gastlichhaus aus der Menschenerde. Nein, jeder wird als Mensch gesehen, keinen wird man übergehen. Ha, mein Dach gegen Schnee und Wind, weil wir arg verfroren sind. Auch mit 80 Heller, das Lied vom Kelch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.